... den ersten Plan umzusetzen. Ist der nicht wunderschön? Das ist Dendara. Laut Mamduch finden wir eine Antwort auf diese Frage an unserem nächsten Ziel. Dem Tempel von Dendara. Die Arbeit am Hauptgebäude begann in der Zeit von Kleopatras Vater, Ptolemaius dem Zwölften. Mamduch möchte mir einen besonderen Platz zeigen. Dort unten? Ja, die Kruft. Fantastisch, ziemlich eng. Schau dir diese Szene an. Deswegen sind wir hier. Das ist Kleopatras Vater, König Ptolemaius XII. Ich stehe nun Kleopatras Vater gegenüber. Es kann gut sein, dass die junge Königin diese Gänge durchschritt. Im letzten Jahr regierten er und seine Tochter Kleopatra gemeinsam. Es gab eine gemeinsame Regentschaft? Wie lange? Ein Jahr lang. Das letzte Jahr seiner Herrschaft. Kleopatra wurde auf ihre Rolle als Pharao vorbereitet. Und sie lernte, wie man als Pharao regiert. Sie machte es besser als er. Mamduch erklärt, dass Kleopatra beim ägyptischen Volk richtig beliebt wurde. Der Schlüssel zu ihrem Erfolg dürfte wohl die profunde Kenntnis der ägyptischen Sprache und Religion gewesen sein. Kleopatra ließ sich als Isis darstellen. Weil sie sich als die beliebteste Göttin darstellen ließ, gewann Kleopatra das Volk für sich. Sie war auch die einzige Königin, die einzige ptolemäische Königin, die die ägyptische Sprache erlernte. Sie hatte zwar ohnehin die politische Macht eines Pharaos, doch die Tatsache, dass sie das Volk hinter sich wusste, war für sie eine weitere Machtquelle im Land. Kleopatra nutzte die Erfahrungen aus 300 Jahren ptolemäischer Herrschaft und so wusste sie genau, wie man beim Volk gut ankommt. Während Kleopatra ihr Volk und den römischen Kaiser für sich gewonnen hatte, machte sich in Rom Unmut über Julius Cäsar und die ägyptische Königin breit. Es ist das Jahr 44 vor Christus. Plötzlich explodiert die Situation. Cäsar wird ermordet. Auf der Treppe zum Senat in Rom wird er niedergestochen. Wir werden nie wissen, ob die Königin über den Verlust des Liebhabers oder des Verbündeten trauerte. In Dendara gibt es einen Hinweis, dass sie weiter nach der Weltherrschaft strebte. Da geht es um Propaganda, die von Kleopatra in Auftrag gegeben wurde. Mamduch erzählt, worum geht es da? Es geht um Kleopatra und ihren Sohn Cäsarion. Kleopatra steht hinter ihrem Sohn Cäsarion aus der Beziehung mit Cäsar. Erklärt ihn damit zum künftigen Herrscher über ganz Ägypten. Nicht nur zum Pharao, zum Gottkönig von Ägypten. Es ist eine öffentliche Erklärung. Cäsarion ist der Sohn von Julius Cäsar und sein rechtmäßiger Erbe. Ich sollte nach Alexandria fahren. Du musst nach Alexandria. Kleopatra hätte sich nach Cäsars Tod zurückhalten können. Stattdessen erhob sie durch ihren Sohn Anspruch auf die Vereinigten Reiche von Ägypten und Rom. Sie war eine ehrgeizige Frau. Warum beging sie dann Selbstmord? Ich fahre wieder nach Alexandria zurück, zum Sitz von Kleopatras Dynastie. Von Kairo aus ist das eine zweistündige Zugfahrt. Ich habe also Zeit, ein bisschen weiter zu forschen. Nach Cäsars Ermordung stürzte Rom in eine Krise. Zwei Männer griffen nach der Macht und spalteten das Reich. Octavian, der von Cäsar ernannte Thronfolger, erhielt die westlichen Provinzen. Und Marcus Antonius, Cäsars treuer Befehlshaber, erhielt die östlichen Besitztümer. Kleopatra stand nun ohne Verbündeten da. Cäsars Testament erwähnte seinen ägyptischen Sohn Cäsarion nicht einmal. Ohne Roms Unterstützung war ihr Festhalten an Ägypten und ihre größeren Ambitionen zum Scheitern verurteilt. In der Kleopatra-Legende gibt es eine weitere dramatische Verführung. Nach dem Tod ihres Beschützers Cäsar machte sich die nun 25-jährige Königin an Marcus Antonius heran. Sie inszeniert eine dramatische Begegnung und sie verlieben sich. Die Wahrheit dürfte weniger romantisch gewesen sein. Kleopatra braucht Antonius, um ihre Interessen gegen das expandierende römische Reich zu schützen. Doch Antonius hat andere Pläne. Der junge Soldat ist ein gutaussehender und populärer Führer. Aber seine Stellung in Rom hängt davon ab, ob er Kriege für das Reich gewinnen kann. Und dafür braucht er Geld. Und Kleopatra ist eine sehr mächtige Königin, die über eine der reichsten Städte im Mittelmeerraum regiert. Das ist Alexandria. Sie war die Hauptstadt der Ptolemäer-Dynastie und Kleopatras Machtzentrum. Alexandria wurde 332 v. Chr. von Alexander dem Großen persönlich gegründet. Sie war eine der größten und einflussreichsten Städte jener Zeit. Es war das New York der Antike. Ein blühendes Zentrum des internationalen Handels und der Schifffahrt. Der Palast einer PR-kundigen Königin wie Kleopatra war bestimmt spektakulär. Doch Hinweise zu finden, wird nicht einfach sein. Im Laufe der letzten 2000 Jahre dürfte viel von der antiken Metropole unter der heutigen Stadt mit 5 Millionen Menschen verschwunden sein. Ich habe gehört, dass hier ein Archäologe arbeitet, der mir helfen kann. Er hatte Jahrzehnte damit verbracht, das antike Alexandria ans Licht zu bringen. Tief unter den Strassen der modernen Stadt. Der Eingang in die Unterwelt von Alexandria. Eine Treppe. Ich bin auf der Suche nach Dr. Jean-Yves Imperieur vom französischen Zentrum für Alexandria-Studien. Das ist sein derzeitiges Projekt. Diese alten Kellergewölbe gehören zu einem weitläufigen Wasserspeichersystem, das von der Dynastie der Ptolemäer entworfen und gebaut wurde. Hallo! Hallo! Freut mich, Sie kennenzulernen. Woher kommt denn nun das Wasser? Vom Nil. Wenn der Nil Hochwasser führt, fließt es in diese Zisterne. Jean-Yves erzählt mir von einem ausgedehnten Netz an Zisternen unter der Stadt. Zur Zeit Kleopatras versorgte es die Bevölkerung von Alexandria mit Frischwasser, das für ein Jahr erreichte. Wenn alle Zisternen voll waren, wie viele Menschen konnten dann in Alexandria versorgt werden? Wir glauben, dass die Bevölkerung damals bei etwa einer halben Million lag. Eine halbe Million. Es war die größte Stadt im Mittelmeerraum. Und sie tranken alle dieses Wasser. Für die Antike ist eine halbe Million eine ganze Menge, etwa genauso groß wie das damalige Rom. Das ändert meine Sichtweise über Kleopatra. Ihre Hauptstadt war nicht nur wohlhabend, sie konkurrierte auch mit Rom. In den Augen Roms war Kleopatra nicht nur eine Verführerin, sie war eine Bedrohung. Diese Zisternen sind ein Beleg für die Welt, die Kleopatra übernommen hatte. Ich suche aber den Palast, den sie selbst bauen ließ. Und Jean-Yves weiß, wo er ist. Er hat einige Karten aus dem 18. Jahrhundert gefunden und glaubt, dass sie die Lage des Palasts zeigen. Also, wo liegt Kleopatras Palast? Wir sind schon da. Teile davon liegen unter Wasser. Und wie kommt das? Am 21. Juli 365 n. Chr. gab es ein großes Erdbeben. Ein Erdbeben? Ein mächtiges Erdbeben. Also zerstörte ein Erdbeben im 4. Jahrhundert n. Chr. den Palast. Doch Kleopatra ließ riesige Bauwerke errichten. Daher stehen die Chancen gut, Ruinen zu finden. Wenn ich den Palast finden will, muss ich ins Wasser. Zudem brauche ich jemanden, der mir hilft. Ich weiß schon, wen ich anrufe. Zufällig sind zwei der weltweit führenden Unterwasserforscher in Alexandria. John Chatterton und Richie Kohler. Meine Freunde, die Tiefseedetektive. Die beiden sind immer für eine Herausforderung bereit. Mit dem Tauchshop ist alles geregelt. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Informationen, wo genau wir tauchen sollen. Ich habe zwar ein ganz gutes Gefühl, wo im Hafen ich tauchen würde. Aber ich würde gerne ihre fachmännische Meinung hören, wo wir tauchen sollen. Die Tiefseedetektive sind hier, um die Reste eines der sieben Weltwunder der Antike zu finden. Den Leuchtturm von Pharos. Sie haben sich aber bereit erklärt, zuerst Kleopatras Palast zu suchen.